ja was geht ab leute hier ist wiederkammer von der meisten fam ich grüße euch der nächsten track den ich euch vorstellen will heißt guillotine und die jungs von der schmatz fabrik also kanakano mojo haben mich darauf gefeatured hiermit grüße ich nochmal kanakano mojo und auch plex von der schmatz fabrik und wollen wir direkt zur sache kommen hier ist dieser track die szene ist kindisch doch wir kommen die reifen kawasaki dich aus jedem an der block wenn du was lippens lang die schmutz der zwei hörner in die fresse kriegt wie elefanten körper dick mit an den stoffen mache umsatz wie noch nie unter mehr breche am start als ne unfallchirurgie